Ich drehe mich rum, ich sehe, da kommt ein Bär. Wenn es jetzt im Livestream wäre, würde ich dann den hier machen. Mach ich jetzt nicht, würde mein T-Shirt ausziehen und würde sagen, komm eins gegen eins. Und dann würde ich versuchen mit dem Bär, mit so ein paar schnellen Moves, weißt du, so ein bisschen schnell, so immer so ein bisschen antäuschen, erstmal gucken, wie er reagiert, ob er sagt so, ich will kämpfen. Wenn er sagt, hört immer so ein bisschen hin, so, und wenn er eine Andeutung gemacht wird, dann würde ich auf die kämpfen, dann noch schnell gehen. Ne, Jungs, ich würde so ein bisschen so, so, und wenn er halt einfach kämpfen, dann wie gesagt, T-Shirt aus, und dann würde ich aber, glaube ich, in die Stellung hier so gehen. Weil wenn er dann jetzt hier so reinkommen würde, der Bär, auf ganz entspannt, würde ich so und würde erstmal gucken, was er macht, wie er reagiert. Und dann würde so die schnelle Kick in die Eier kommen, so immer wieder zurück, wie so ein Krebs, weißt du so? Weißt du, was ich machen würde? In die Eier, und wieder zurück, und wieder zurück. Weißt du, was ich machen würde? Ich würde zu dem Bär sagen, ey Bruder, kannst du WL-Quali spielen? Wenn er sagt, mhm, würde ich ihn da hinsetzen lassen, WL-Quali spielen, können das nicht? Dann würde ich sagen, er soll bitte wieder gehen. So, ich denke, ganz ehrlich, die Krabbe. Ich glaube, ich würde auch ein Skorpion machen. Ich finde, immer wieder so Angriffe fahren einfach auf seinen Sack. Und ...